Hi, wir sind hier im Dales Ford City Motor Inn. Das ist ein Hotel, wo man auch nur für eine Nacht übernachten kann. Natürlich auch länger, wenn man möchte. Die Vorteile hier sind auf jeden Fall, dass man in Laufreichweite ist zum Einkaufen. Das City-Zentrum ist extrem nah dran, sodass man sehr einfach alle wichtigen Besorgungen machen kann, die man braucht. Die Zimmer sind sehr, sehr, sehr ordentlich. Die Duschen sind sehr groß und schön. Es gibt teilweise mit einer kleinen Küche in den Zimmern mit dabei. Insgesamt sehr ordentlich, sehr schön, sehr sauber. Kann ich nur empfehlen.